servus liebe world of warcraft freund und willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem kleinen tipp wie ihr am mittwoch schon mit ein paar tapferkeits punkten in 9.0.5 rein starten könnt und noch eine kleine anmerkung wie ihr eventuell doch gear aus der weekly chest am mittwoch upgraden könnt wenn euch das ganze gefällt lasst ein like und ein abo da und aktiviert die glocke und damit starten wir auch direkt rein ich sage vorweg alle angaben ohne gewehr teile der sachen sind bisher dinge die vielleicht in der vergangenheit funktioniert haben bezüglich was das mit dem items aufwerten am mittwoch angeht aus der truhe beziehungsweise dass es jetzt halt vielleicht nicht mehr heißt dass es jetzt immer noch geht kann ja sein dass blizzard was geändert hat und genauso wie mit den tapferkeits punkten boost am mittwoch kann auch sein dass blizzard das fix oder gefixt hat aber man weiß es nicht kommen wir also daher zu den punkten die ich ansprechen möchte zum einen wie ihr am mittwoch schon mal mit ein paar tapferkeits punkten rein starten könnt wenn ihr die ganze geschichte verfolgt habt oder meine videos gesehen haben wisst ihr mit sicherheit dass diese berufung hier die ich natürlich nicht freigelassen habe in zukunft tapferkeits punkte geben werden und zwar 50 an der zahl heißt bei einem wöchentlichen cap von 750 punkten könnt ihr da pro woche über die berufung schon mal 350 punkte abhaken wenn ihr jetzt beginnend mit heute quasi die berufung erledigt aber nicht abgebt könnt ihr am mittwoch also ihr habt dann die von montag von dienstag und die von mittwoch die neu dazu kommt macht ihr alle drei berufungen zwei habt ihr vorher schon fertig gebt ihr dann gleichzeitig ab und ihr habt dann quasi die zwei schon erledigt und habt 100 punkte so oder so ohne dass ihr was machen müsst auf jeden fall schon mal safe also wer das ausprobieren möchte in der vergangenheit hat das bei so geschichten in der regel immer geklappt beispielsweise mit den legion emissary chests wenn es da währungen drin gab das hat auch funktioniert das aufzuheben und zu sparen ich gehe stark davon aus dass es wieder gehen wird auch wenn es nicht hundertprozentig bestätigt ist aber es gibt halt auch keine meldung wonach blizzard das rausgenommen hat es war eine vergangenheit okay warum sollte es jetzt anders sein von daher wenn ihr die aufhebt und nicht abgebt ihr verliert nichts dadurch wenn ihr sie erst mittwoch abgebt zumindest die von heute von montag und von dienstag und damit könnt ihr eventuell schon mal zumindest ein mini polster anlegen gut kommen wir zur zweiten sache die auch nach einigen angaben von euch höchstwahrscheinlich funktionieren wird wenn ihr aus eurer chest wenn ihr jetzt nur 226 items überall drin habt das ist eh irrelevant es geht um items die aus der chest bekommt die ihr theoretisch noch upgraden könntet fallen auch die 223 und die 220 heraus also alles was drunter liegt es ist ja so dass blizzard bekannt gegeben hat dass die items die wir diese woche dann am mittwoch hier aus dieser sparte aus der großen schatzkammer bekommen nicht upgraden können mit tapferkeitspunkten das heißt man müsste sich das item noch mal neu erspielen das ganze ist dann eher interessant vielleicht für twings oder leute die noch nicht so gut equippt sind diese items dann abzugraden beispiel ich würde dann auch auf twings von mir profitieren dadurch wenn ihr aber das haben mehrere von euch berichtet das ging in der vergangenheit wird wohl auch jetzt gehen ihr nehmt das item was ihr haben wollt was wenn ihr mehrere zur auswahl habt euer bis item sein könnte aus dieser reihe und löscht es also geht dann einfach in euer inventar so zieht das jetzt beispielsweise hier so rüber und dann wollt ihr zerstören klickt dann auf ja ich mache jetzt auf nein in dem fall ist es egal dann ist das item zerstört dann geht ihr hier über das fragezeichen auf hilfe dann lädt das ganze ein bisschen und dann habt ihr hier die gegenstands wieder herstellung und wenn ihr das anklickt werdet ihr dann angezeigt bekommen ihr werdet weitergeleitet auf irgendeine battle net seite da klickt ihr ok dann könnt ihr das item auswählen was ihr gelöscht habt aus allen glaube ich den ihr in den letzten 90 tagen gelöscht habt geht das bekommt es quasi dann repariert ich meine per post zugeschickt dann habt ihr es wieder und an dem punkt sollte es wohl möglich sein es mit tapferkeits punkten abzugraden ich habe extra auch nochmal recherchiert und nachgefragt oder beziehungsweise einige von euch haben das geschrieben dass das in der vergangenheit ging sie das so gemacht hatten und es bei solchen sachen keinen ärger von blizzard gab ich würde es nicht hundertprozentig ausschließen dass es eventuell doch nicht so gut ankommt stand jetzt würde ich aber trotzdem mal drauf vertrauen dass es eine möglichkeit ist so an sein gear zu kommen ist natürlich nicht so von blizzard intended höchstwahrscheinlich aber damit lässt sich die ganze mechanik ein bisschen ausspielen warten wir mal mittwoch ab was passieren wird ob das alles so funktionieren wird wie wir uns das vorstellen erhoffen wie auch immer ich wollte auf jeden fall nochmal die gelegenheit nutzen euch dran erinnern damit ihr dann ab heute eure berufung aufsparen könnt um dann eben am mittwoch tapferkeitspunkte zu bekommen in diesem sinne ich bedanke mich bei euch fürs zusehen wünsche euch noch einen wunderschönen tag lasst es euch gut gehen bleibt gesund und reingehauen